ja leute wer ist ein trottel ich ich dachte dass morgen jetzt das update kommt also am donnerstag und ich ist deswegen nicht aufnehmen kann jetzt nehme ich es heute auf und ja weil ich mich mit dem datum vertan habe auf der webseite und ich irgendwie fest davon überzeugt war das donnerstag patch day ist auch wenn immer mittwoch patch day ist bei WOT aber egal und aber jetzt sind wir hier jetzt bin ich hier ich hoffe mal das video kommt heute noch jetzt nehme ich es ein bisschen unter stress auf aber das passt schon und ja es gibt viel zu bereden ich versuche mich möglichst kurz zu halten aber es ist ein großes update und es ist sauvier passiert ja ich schreibe mich aus dem schnitt hier ich habe mich nicht kurz gehalten ich weiß ich glaube ich habe zwölf minuten oder so geredet am anfang und erst dann gab es gameplay ich werde euch ein timestamp einbauen wenn ja also entweder seht ihr es unten in der liste oder ich mache jetzt mache jetzt so zeit und so ihr kennt ja wenn ihr gameplay nur sehen wollt vom neuen tschechischen schweren heavy dann springt jetzt zu diesem zeitpunkt und ansonsten noch viel spaß mit dem video ich werde nicht alles zeigen können also frontline werde ich zum beispiel nicht spielen jetzt noch nicht erst in den nächsten videos denn in zwei tagen wahrscheinlich und ja da sehen wir schon im hintergrund oh gott wo fangen wir an grundlegende informationen und anweisungen tun wir doch mal das worum es gebeten wird feldpost da können wir schon mal reingucken also update 1.1.4 hier unten haben wir auch schon diese wunderbare liste genau die neuen tschechoslowakei schweren panzer ich bin sehr gespannt auf die dinge freue ich mich sehr drauf die werden wir heute uns auf jeden fall anschauen vor allem die 10er neugewichtung der premiumfahrzeuge da sind das vier passiert t34 zum beispiel hat hat ein besseres gun handling bekommen ein bisschen schneller und so weiter hier seht ihr alle die verbessert wurden und ja ansonsten feld ausrüstung das ist auch noch ein ganz großes thema da werden wir jetzt auch ein bisschen für brauchen was das ist erkläre ich euch dann auch gut versuche ich aufträge für artillerie wo ein bisschen angepasst wegen dem patch mit der arti aber naja genau neue map sicherer hafen gibt es auch sehr cool geländer erkundung ist glaube ich ein trainingsmodus wot wird 11 das darf man nicht vergessen und natürlich frontline nice viel zu tun viel zu viel zu tun und ja ich würde mal sagen wir gucken mal sofort rein das sind sie doch auch schon die tschechisch slowakischen heavies oh mein gott seit die etwa reduziert nein warum auch natürlich ist nur bis zum sechser reduziert achso alle nationen oder ne okay da waren sie so nett haben wir bis zum sechser reduziert naja immerhin ja fällt ausrüstung gucken wir uns gleich an ja also was sind das für panzer gut der siebener ist jetzt relativ unspektakulär seit ein normaler siebener heavy mit ja mit ganz guter turmpanzerung tatsächlich das gute stück 200 hat er mit dem top tom die wanne geht ja ist halt so ein klassischer heavy mit 320 alpha gun denn am ende nichts besonderes ab dem achter wird es interessant die haben nämlich zwei unterschiedliche kanonen wir können uns das ganze mal ansehen zack machen wir das ding mal kurz top hier so und jetzt geht's los genau also sieht übrigens cool aus das ding ich kann nicht weiter rauszoomen wegen dem event das ist glaube ich gerade so angesungen ja die kiste die neuen tschechischen heavies haben eine besonderheit sie haben zwei kanonen einmal ein einzel schuss also ganz normal ganz normale kanone mit die hier zum beispiel ganz guter präzision 320 alpha 224 pen die zielerfassung geht und einem autoloader ja einen besonderen autoloader ähnlich wie die meds der allerdings wie ich gerade sehe wesentlich unpräziser ist ja der autoloader ist auf ja wie die meds haben die so ein autoloader nur zwei sekunden zwischen den schüssen für 320 schaden das ist nicht schlecht 20 sekunden für das gesamte magazin mit zwei schüssen im magazin das haben sie alle aber vor allem beim 10er wird es sehr sehr interessant also wieder hier haben wir wieder eine standard kanone 10er die ist phänomenal ausfindig echt ein schönes fahrzeug auf jeden fall gute tumpans dazu kommen wir gleich ja also wir hatten eine 1 schuss kanone 260 pen 490 damage ganz auf jeden fall ganz gut 10,74 sekunden nachleiterzeit ja gut ist normal für also ein bisschen ein bisschen hoch für für diesen damage aber es geht 0,34 genauigkeit ist auch solide 2,21 sekunden für die zielerfassung und 27 dpm ja und er hat einfach einen autoloader er hat einen autoloader mit zwei schüssen und zwei sekunden zwischen dem schuss das bedeutet man kann in zwei sekunden 1000 schaden verursachen gut 980 aber das ding hat 94 alpha und es ist ein unglaublicher burst damage es ist ein unglaublich hoher burst damage der da kommt einfach 1000 schaden in zwei sekunden dann zieht man sich zurück lädt nach und kann das ganze nochmal machen es ist echt verrückt also es ist wirklich eine menge sehen die ganz unterschiedlich aus ja gut ja hier vorne an der mündungsbremse oder sind dämpfer der hier nicht und ja die kanone geht von der präzision ist ein bisschen unpräziser das dürft ihr immer euch denken bei den autoloader die sind immer ein bisschen unpräziser die kanonen von den tschechern ansonsten ist es gleich und ich finde das system cool was man sich so aussuchen kann welche gun man nimmt auf jeden fall aber ich finde den burst damage besser das ist einfach verrückt es ist einfach verrückt 1000 schaden so schnell zu geben in zwei sekunden ich meine klar einen jagde macht das auch und so weiter aber ihr habt ihr die wahrscheinlichkeit überhaupt noch damage zu machen weil ihr zwei versuche habt so gesehen deswegen ich finde es sehr gut und das fahrzeug ist wesentlich mobiler und hat einen turm das wir vielleicht nicht vergessen es ist ein cooles system die gucken wir uns auf jeden fall gleich an und ja jetzt gehen wir schon mal dazu was die ganze zeit da so aufblinkt zur feldausrüstung genau da oben ist es Feldausrüstung also die feldausrüstung bietet die möglichkeit die konfiguration des fahrzeugs besser auf seine reine anzupassen und seine werte über diverse modifikationen anzupassen 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 naja jede folgende modifikation wird freigestellt nachdem die vorangehende erforscht wurde ihr könnt das erstens nur bei fahrzeugen machen die top sind also die elite fahrzeuge sind also entweder hier tactile fahrzeuge wo ihr alles erforscht habt auch den nachfolger oder halt premium fahrzeuge beziehungsweise 10er ja genau also zweiter punkt modifikation erforschen genau hier habt ihr es ja für stufe 6 und stufe 10 noch verfügbar die den elite status erreicht haben ach übrigens modifikationen sind für spezial preisballons und premium fahrzeuge verfügbar nachdem sie gekauft wurden genau aber zum beispiel für event fahrzeuge glaube ich nicht also wenn irgendwelche komischen events wie städte jäger sind oder so genau modifikationen der fahrzeugwerte die zugehörige für eine alternative konfiguration freischalten und das erlauben den zweiten platz des zubehörs einer kategorie zuzuweisen sehen gleich was das bedeutet die alternative konfiguration ist ein zweiter satz zubehörer modifikationen und direktiven das können wir uns auch gleich anschauen und zu guter letzt die möglichkeit eine kategorie für den zweiten platz des zubehörs auszuwählen und zuzuweisen einfluss direkt effizient des fahrzeugs im gefecht los geht's ok ich erkläre euch das mal kurz also ich muss das hier kaufen um das hier kaufen zu können beziehungsweise hier unten da geht es los ja man muss echt free xp dafür einsetzen es ist ein bisschen pay to win um ehrlich zu sein wenn ich mir das so ein bisschen anschaue ja 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 ok 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 es geht es geht auch mit der erfahrung die auf die panzer drauf sind das ist immerhin ganz praktisch ich habe 21.000 erfahrungen drauf immerhin aber egal ich zeige euch mal kurz was was damit jetzt gemeint ist also ihr seht hier diese punkte genau ich müsste 56.000 erfahrungen ausgeben um überhaupt das hier freischeiden zu können ich erkläre jetzt mal kurz was das bedeutet also ihr habt hier zwei sachen die unterschiedliche werte hinaufsetzen oder verringern einmal zum beispiel hier bei dem guten stb wendegeschwindigkeit der wanne geschützrichtgeschwindigkeit also ihr dreht euch schneller und das turm und das geschütz richtet schneller also ihr aimt schneller ein beziehungsweise beziehungsweise doch der turm dreht sich schneller schneller ein eim ist das nicht sorry ihr habt da die werte hier rechts seht das schon was sich verändert dafür allerdings habt ihr einen höheren malus wenn das munitionsleim zum sinne der motor beschädigt ist und die streuung mit beschädigten geschütz ist auch noch höher ehrlich zu sagen das stöp das würde mich gar nicht so sehr stören wenn man die sachen eigentlich immer repariert klar ist man dann so langsam und so weiter aber ein bisschen mehr wendegeschwindigkeit und so weiter ist eigentlich ganz cool dafür oder ihr macht es ihr dreht es um ihr habt einen geringeren malus auf beschädigte munitionslager und geschütz und so weiter aber dafür eine höhere wendegeschwindigkeit und geschützgeschwindigkeit das ist immer gespiegelt versteht ihr das gleiche hier ihr habt die durchmesser des zielkreises also dass es präziser ist allerdings dafür mehr streuung bei bewegung und wanddrehung und hier umgedreht und präzises geschütz aber geringere streuung bei wanddrehung und bewegung ja das geht halt immer so weiter hier mehr tarnung dafür ist der panzer rückwärts langsamer und die reparaturgeschwindigkeit des fahrwerks ist geringer oder wieder umgedreht ansonsten gehen wir alles für mits durch das ist nicht von panzer zu panzer unterschiedlich sondern einfach nur von klasse zu klasse höchstgeschwindigkeit sichtweite dafür geringer und hier robustheit des fahrwerks dafür reparaturgeschwindigkeit und wendigkeit der wanne genau so was das hier unten ist das dürfte man hier freischeiden und das hier genau also hier kriegt ihr den zusätzlichen satz granaten und verbrauchsmaterial das bedeutet wenn wir das können wir mal kurz machen kommt wir machen es mal hier beim stb diese 6.4xp das ist jetzt nicht so wild das kann ich euch nämlich gut in der garage zeigen genau hier habt ihr es wenn ich jetzt auf stufe 2 gehe habt ihr da seht ihr es ich kann hier neue verbrauchsmaterialien zuweisen das bedeutet ich kann die ration rein machen oder ich spiele normal mit medikit reparaturkiste und feuerlöcher und die munition kann ich auch ändern versteht ihr könnt vor dem gefecht also vor dem counter könnt ihr hier switchen und dann habt ihr das ganz einfach mehr ist das nicht ihr habt so gesehen könnt ihr vor dem gefecht also im counter bei den 30 sekunden countdown könnt ihr umentscheiden was für setup ihr spielen wollt mehr ist das nicht das gleiche hier bloß halt mit modulen also denn dann steht hier auch ein eins oder zwei könnte hier eine unterschiedliche module nehmen finde ich ganz cool um ehrlich zu sein das ist echt geil und ja genau und was das hier nochmal ist ja stimmt das hier war nochmal dass man hier ihr seht ja hier gerade die fahrzeuge haben ja immer genau das war das glaube ich die fahrzeuge haben immer hier so einen punkt beweglichkeit dass es da verbessert wird und hier kriegen sie dann noch einen punkt also noch mal so ein verbessertes modul ihr versteht ja hier die haben ja so verschiedene symbole die module und wenn ihr das immer auf den ersten platz zieht wo das symbol beeinstimmt hat das besseren bonus wenn ich jetzt wechsle also die lüftung zum beispiel nach links packe gerade kriegt dafür auch einen besseren bonus sechs prozent auf die besatzungsfähigkeiten oder ich packe den turbo lader nach links mir gibt dann fünf km h mehr höchstgeschwindigkeit anstatt nur vier so und das kommt dann hiermit noch dazu wenn ich es richtig verstanden habe ja das war es eigentlich die modifikation würde ich mal sagen das sprengt jetzt hier den rahmen die könnt ihr euch selber anschauen auch genau ich habe das noch ab stufe 9 und 10 das kann ich euch noch sagen schaltet immer mehr frei sechs arbeit nur hierzu zugriff und dann geht es immer weiter genau und ansonsten ja bei den heavies gucken uns das gleich noch mal an weil ich mir gleich den tschechischen heavier hole und dann ja gucken wir uns gleich auf den tschechischen heavy an und dann sehen wir uns endlich im gefecht nachdem ich zwölf minuten nur so locker gelabert habe aber update halt ihr kennt es tut mir leid ja ich habe dann doch nicht mehr ganz so viel geld um beziehungsweise habe jetzt keinen bock so viel Geld dafür auszugeben ach ja genau aber das fiel mir gerade noch auf ihr seht es gerade wenn ihr die stufen aufsteigt erhältet ihr einen permanenten bonus zum beispiel einen strukturpunkt auf das fahrzeug also jetzt beim heavy und hier sogar auf die motorleistung am ende ja es ist es ist ein bisschen ärgerlich weil das dann doch wirklich pay to win ein bisschen wirkt wenn er sich das jetzt direkt kaufen kann ich meine ich kann es mir also das ist sau teuer hier zum beispiel auch motorleistung und tarnung ist es bei meds hier unten der permanente bonus und ja es ist ein bisschen bisschen belastend aber naja ist jetzt nur mal so übrigens ich habe die lebkuchen tarnung wieder aufgehauen wie ihr sehen könnt und habe ich eine besatzung ausgegraben ja aber es ist endlich soweit wir können endlich starten würde ich mal sagen ich habe den panzer jetzt ausgerüstet habt ihr habt die zwei schussgannen drinne weil das würde ich mal sagen ist das besondere an dem ding fahrzeug habe ich jetzt nichts gemacht weil kein geld ich habe leute ich werde daran jetzt eine ganze ganze weile sitzen das gleich versprechen ich habe 38 10er und für alle muss ich die fahrzeugung jetzt erfahren es geht über exp und über geld geld ist jetzt nicht das problem wie ihr oben rechts sehen könnt aber die exp halt ich habe ich habe hier noch mehr als genug zum umwandeln allerdings dann müsste ich mir wieder gold kaufen und ja deswegen es ist knifflig und aber wir schauen mal ja gut aber ich würde sagen genug geredet und dass es endlich los geht also ich glaube ich habe noch gar nicht gesagt viel spaß mit dem video egal jetzt sind wir in der runde und los geht's so übrigens eine weitere änderung die ich vorgenommen habe und das hat funktioniert ich habe es hinbekommen dass mein aufnaheprogramm bei WOT nicht mehr einen kollaps kriegt sondern es endlich funktioniert dass ich auch diesen wunderschönen teil des games aufnehmen kann um mit euch zu labern toll oder ja finde ich auch egal übrigens falls ihr die anderen tanks aus der reihe noch sehen wollt dann ja schreibt es in die kommentare wenn da genug resonanz kommen sollte dann mache ich die durchaus noch aber jetzt fahren wir erstmal mit der schönen kiste leider eine map bekommen die ich nicht so sehr mag vor allem nicht als heavy aber ist jetzt auch egal da hat einer wohl schon sich die fetters aus dem geholt wenn ich mir den konkurs so anschaue ja das ding hat nicht ganz so viel leben 2100 nur aber es ist ja wie mit dem media da auch nicht so viel leben für den tschechen aber ja ist auf jeden fall ist auf jeden fall fix unterwegs das kann man schon mal sagen kommt das wo willst du hin kronk leute und ihre fahrtechniken ja es ist ganz mitte groß würde ich mal sagen wenn ich mich hier sehen so ein konk stelle und ich freue mich sehr darauf wer sich jetzt spielt spielt gottes willen sprechen das ist schwierig ihr wisst es sind auch schon zwei zwei schädchen neuner und ein zehner ihnen haben sogar noch mal den zehner ich versuche schnell noch durchzuziehen das war knapp gut zwar das gibt es auch natürlich wäre sonst langweilig schön dass die beiden schon gefressen haben gefällt mir Vorsicht jetzt hier an der stelle ist hier was nein ok sehr gut weiter geht's so guck mal schade er ist auch durchgekommen einschluss habe ich noch mal ein guter ach komm der da eigentlich überwinkelt aber ja egal welche kanone hat denn der gute drauf ich sehe es nicht so ganz sehr schön danke arti ist das geil genau das meine ich 1027 schaden easy in zwei sekunden nice 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 so jetzt sagen wir mal kurz nach aber ich hätte direkt vorfahren sollen wenn ich mir das hier so ansehe wiederher schaffen die schon anfangen zu fressen vielleicht krieg ich da noch einen schuss drauf auch nicht mit 75 hätte ich schon noch gerne ein bisschen was ich weiß doch nicht die tds aber nein der panzer drehe ich doch jetzt nicht hoch oh gott genau das meine ich da umstehende tds der wt ist irgendwie abgeprallt das war ein richtig komischer abpraller ist das geil es ist das geil war macht das ding ein spaß ich sag's ehrlich das ist das ist göttlich wirklich nice 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 und noch mal nice ein sehr cooles gefährt das der 700er wg auf panzer 4 so frisst es auch schon oh gott nein ich bin offen ich habe ein bisschen schiss vor dem bärt vor allem ich höre gerade auf der könnte jetzt da stehen das wäre schlecht vor allem die art die kann jetzt glaube ich echt ganz gut auf mich wirken das wäre glaube ich auch ein bisschen so optimal ja wir brauchen jetzt hier irgendwie ein bisschen aufklärung ja dann geht es auch schon los ich feiere jetzt auch hinter den stein sollte sie mich erstmal nicht mehr treffen können so rückwärts 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 nice okay ja hier sollte ich ja artig safe sein auf jeden fall drehen wir uns mal so rum falls die den händen die tds aufmachen sollten na los komm so du schönes ding oder den kleinen packer ah schade ja gut da war der bullet drop echt krass war ja klar bei so rum geschützt müsste eine 130 Aya sein 130 mm versuche ich es einfach blind und herkommen ja halt ein bisschen höher ziehen sein fällt mir gerade auf so ich habe einen auftrag achja cappen weil ich 55 A schon habe aber sieht leider nicht so gut aus mit der runde wenn die runde jetzt schon echt spaß gemacht hat weil dieses geschützt ist ich komme gar nicht raus aus dem schwärmen so was tun was tun was tun ja Warnpanzerung ist von dem Ding nicht so gut auch wenn ich an der oberwanne einen abpraller habe sogar an der unterwanne war wahrscheinlich ein blöder winkel und der hat natürlich auch einen riesen wiegspot auf dem turm mit dem cupola auf der seite da den da aber ansonsten ist das ding natürlich auf jeden fall also gut gepanzert es ist gut gepanzert und ist relativ fix also mobil hat er mobilität hat er auf jeden fall beschleunigt ziemlich gut das muss ich ihm lassen so schnell ist er natürlich nicht so schnell wie im skunk ungefähr mit 35 36 sachen ein bisschen lang ein bisschen schneller aber trotzdem auf jeden fall eine sehr gute beschleunigung eine zufriedenstellende beschleunigung allemal und ja wüsste ich wo der bärt ist könnte ich hier vorfahren aber ich weiß es nicht deswegen tue ich es auch nicht ja das ja wer opfert sich jetzt ich bin es nicht der eber müsste halt mal ein bisschen arbeiten allerdings tot ist ja kniftige situation jetzt hier an der stelle wer hat eigentlich den 13.05 aufgemacht könnte diejenige person das nicht nochmal machen oh das ist der eber jawoll na schade so mit etwas glück wollte ich noch vielleicht den anderen schuss treffen da sind 13.05 der heat schießt oh nice der wt ist tot schon mal sehr geil wenn der eber jetzt noch sterben könnte dann wäre das noch geiler aber ich glaube er will nicht so recht sterben ich muss den auftrag ab Panzertechnisch sind wir natürlich ein bisschen im Vorteil jetzt gerade, weil wir einen noch mehr haben. Allerdings haben wir halt noch beide Leits. Das ist so das Problem gerade in der ganzen Situation. Kommt hier ein Artischuss. Gut, soviel dazu, dass wir im Panzer am Vorteil sind. Unser Eber darf halt auch nicht sterben. So, das ist halt auch die Sache. Er muss aufmachen, aber er darf halt auch nicht sterben, weil sonst ist die Runde durch. Das ist jetzt halt so ein Gekämpe. Okay, okay, okay. Er moved. Ah, kommt noch ein bisschen. Und da ist er tot. Oh, wo wird's? Was ist das? ja der Eber hätte echt nicht sterben dürfen er hätte nicht sterben dürfen jetzt müssen wir warten ok nice das ist schon mal wichtig immerhin ist der Jagdtiger gestorben das ist schon mal sehr sehr wichtig aber der 13.5 gilt halt immer noch was machen wir wie machen wir das vor allem wir müssen warten bis die gegner einen fehler machen das geht nicht anders wir müssen warten bis die gegner einen fehler machen ja gut bei der Base sind sie jetzt halt durch ich kann versuchen zurück zur Base zu kommen der Bär ist offen Mist wie komme ich hier raus das ist jetzt gerade mein großes Problem ich komme nicht weg bei dem Versuch hier weg zu kommen könnte ich definitiv sterben ja wir müssen jetzt hoffen dass da ok 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 das ist schon mal gut dass der offen ist mal komm schon gerade zeig mir deinen Skill und töte den ich komme hier halt nicht raus wegen dem STB1 die hat auch noch einen fuller Projeto 66 ey ich hoffe einfach dass der AFK an der Base rumsteht da ist der Bär wieder ach kurz zurück 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 ich bin nicht aufgegangen ich habe die Grille nicht als Deckung wenn ich die Grille jetzt gleich als Deckung habe dann könnte ich versuchen vorzufahren da ist der Projeto und der ist nicht AFK ach come on ja die ist jetzt das riesen Problem nein was mache ich ok die kleine Gun ist schon mal cool diese Kanone das ist ein einziger riesiger Traum ehrlich gut Grille ist tot das war es denn jetzt wohl dann komm versuch es WT sonst nur ich mir sehr schön ok da die Grille jetzt eh tot ist kann ich es jetzt auch gleich eigentlich versuchen ich warte noch mal kurz ein paar Sekunden unter dem Stein ja gut und let's go eh letzter Versuch ach scheiße oh der Steuerung hat sich verlegt das ist uncool die Schuss war alles gut der Bär ist und bleibt ein Problem der Bär hat geschossen ok komm mal her ja gut der STB kommt von hinten rein ran der STB sollte jetzt so nicht mehr von hinten ran kommen aber der Bär ist ja noch ein bisschen Spot Damage bekommen schade ey schade dass wir die Runde verloren haben ach gut unsere Artikel jetzt nicht versenken ich verstehe noch nicht wieso man sowas macht ey was eine Runde 5300 Schaden wenn der mit der ersten Runde mit dem Tank überhaupt das war wirklich meine aller aller erste Runde mit der Kiste geil 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 was 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 war da noch anderes zu sagen ey Boah Ey, nice Einfach nur nice Gut, er hat mir doch vier Panzer mit null Damage, ey Ja Am Ende haben es die Leidze dann doch gewonnen Beziehungsweise verloren, weil wir einfach keine Sicht mehr Auf die raufbekommen haben 5.200 War ich Top Damage im Game auch? Ja Ist das ein Monstrum? Ist das ein Monstrum? Ja, aber ich würde mal sagen Dabei belassen wir es dann doch auch Ach du mal, Basiserfahrung hätte ich gebraucht Ich glaube, das wäre Tatsächlich nicht im Bereich des Möglichen Ne, ja nicht mal ansatzweise Ja, aber Wie gesagt, dabei belassen wir es dann doch mal lieber Aber weil Die Runde jetzt dann doch sehr lange gedauert hat Und das gelabere davor auch Ich werde es jetzt nicht überstrapazieren Auf jeden Fall, ich kann euch nur sagen Holt euch den Panzer Holt ihn euch Es ist ein geiles Teil Gucken wir nochmal die Kanone vom 9er an Macht schon 440 Damage Gut, der lädt allerdings 32 Sekunden nach Das ist natürlich echt brutal Aber, ey Ich meine, es sind auch fast 900 Schaden Innerhalb von 2 Sekunden Na, 2,5 Sekunden Also auch auf jeden Fall zu gebrauchen Und der 8er, wie viel ist es bei dem? In 25 Sekunden nach der Zeit 640 in 2 Sekunden In 2,5 Sekunden Ja Wie gesagt Ich kann euch leider nicht sagen Wie die Tanks sind Weil ich mir direkte Zähne holen wollte Weil ich mir schon gedacht habe Was das für ein Ding ist Und ja Er macht riesen Spaß Punkt Er macht riesigen, riesigen Spaß Holt ihn euch Das Ding ist geil Und ja Ich hoffe Euch hat das Video gefallen Auch wenn das eine Loose-Runde war War sehr trotzdem Auf jeden Fall zufriedenstellend Und Hier Ich kann euch nochmal zeigen Dass es tatsächlich die erste Runde war Da Eingefecht mit der Kiste 5200 Schaden Ja Lass uns wiedersehen Denn wenn ich Frontline spiele Tatsächlich Damit geht es dann weiter Im nächsten Video auf jeden Fall Freitag wahrscheinlich Freue ich mich auch schon sehr drauf Auf den neuen Frontline-Modus 30 vs. 30 Endlich ist es wieder da Oh Beginnt am 16.1 Nevermind Gibt es doch nicht Freitag Kann man wohl noch nicht reindrücken Ja 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 Jawohl Beginnt in 4 Tagen Ja Na gut Okay Dann gibt es den doch noch nicht Dann gibt es den erst in 4 Tagen Aber passt ja mit dem Video-Rhythmus auch Ach stimmt Es gibt auch noch einen Premium-Panzer Seht ihr Bin ich total vergessen Gut Einen Premium-Panzer mit einer 10er-Kanone Ist in Ordnung Würde ich auch nehmen Auf jeden Fall Was zur Hölle Was soll das W.O.T. Was macht ihr Wer von den 10er-Gun hat Ja 460 Schaden In 3,5 Sekunden Also das bedeutet auch Auch wieder 800 Ne Was rede ich da 920 Damage Aber sau Unpräzise halt Aber trotzdem Auch ordentlicher Burst Weit auch Da 23 Sekunden zum Nachladen Das ist echt nicht viel Gott das Ding ist auch echt Das Ding ist krass Das Ding ist auch krass Egal Genug gelabert Die Abmod wird auch viel zu lang Ich wünsche Ich hoffe ihr hattet Spaß Dass ihr uns wiedersehen Schaut euch das Video Das ist die Playlist verlinkt Macht's gut Und bis dahin Habt noch einen schönen Tag Genießt das Wetter Macht's gut Und Tschüssi 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 Tschüssi